Hi meine Lieben! Heute ist der erste Tag der Fashion Week. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also es geht darum, es gibt hier im Zentro jetzt die nächsten acht Tage die Fashion Week. Und das Zentro Oberhausen hier hat mich gebeten, in deren Auftrag für sie exklusiv quasi davon zu berichten. Jetzt gar nicht hier auf meinem Kanal, sondern auf deren Facebook-Geschichte. Also ich bin dann auch nicht als Neppmann-Freundin unterwegs, sondern eben als das Zentro Oberhausen, das schon mal vorweg. Und ja, ich werde es aber trotzdem so ein kleines bisschen dual machen und euch mitnehmen. Und ja, heute ist der erste Tag. Heute ist Fashion Model Day, Fashion Day, der erste Fashion Day. Heute kommt auch Sarah Nuro. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich werde sie nur von der Ferne filmen. Ob ich jetzt persönlich mit ihr spreche, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher nicht. Jetzt seit 15 Minuten, ich bin natürlich mal zu spät, wie immer, ist das Abonnententreffen mit Beauty Peachy in einem Café irgendwo im Zentrum, von dem ich nicht weiß, wo es ist. Das muss ich erstmal suchen. Stress! Ja, ich bin natürlich wieder viel zu spät. Ist klar. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg, die an anderen Leute zu filmen. Und ja, ihr werdet mich jetzt quasi einmal als Seppmann-Freundin hier auf meinem Kanal auf YouTube begleiten und die restlichen sieben Tage dann eben auf der Facebook-Seite von dem Zentrum mit Videos und so. Und ich habe dem Zentrum auch ganz viele Verlosungssachen für jeden Tag aus den Rippen leiern können. Also lohnt es sich für euch mitzumachen und da mal vorbeizuschauen. Okay, also ich muss los. Bis später! Ja, 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 ich muss los. Bis später!